Herzlich Willkommen bei den Hot Strings. Ich möchte Ihnen mit diesem kleinen Porträt dieses Trio ein wenig schmackhaft machen. Die Hot Strings sind in über 31 Jahren zu einem Begriff für Swing und Jazz a la Django Reinhardt und Stefan Krappelli geworden. Die Band wurde im März 1983 von dem Geiger Maynard Prigno in Weimar gegründet. Unter dem Slogan Mr. Swing grüßt Senor Latino haben die Hot Strings ihre Stilrichtung vom Swing zur lateinamerikanischen Musik erweitert. Bossa Nova Tango Bolero Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Möglich ist unsere Darbietung auf vielen Bühnen. Wir haben überall gespielt. Auf kleinen, mittleren und großen. Unsere Musik ist für viele Anlässe passend, ob als Konzert-, Dinner-Jazz- oder Hintergrundmusik bei Festivals, Galas, Firmen- oder Familienfeiern oder an außergewöhnlichen Orten. Prinzipiell kommen wir überall hin und wir reisen selbstverständlich pünktlich und individuell an. Wir sind dort im Einsatz, wo wir mit unserer Musik zu einer angenehmen Atmosphäre beitragen können. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Für einen erweiterten musikalischen Ausdruck spielen wir auch als Quartett. Die Referenzen sind umfangreich, denn in über 30 Jahren haben wir für viele Veranstalter gespielt. Wir würden uns freuen, auch Ihre Veranstaltung mit unserer Musik zu bereichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017